Im Studio begrüße ich den Luftfahrtexperten Volker Tomalla. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist das für eine Maschine, diese neue Max? Das ist eine neue Baureihe, die Boeing auf den Markt gebracht hat, um auf die Bedrohung durch Airbus zu reagieren. Das ist ein Flugzeug, was sich extrem gut verkauft hat. Das ist das Brot- und Butterflugzeug von Boeing. Die produzieren zurzeit 53 Flugzeuge pro Monat und wollen in diesem Jahr noch auf eine Produktionsrate von 60 Flugzeugen kommen. Die 737 ist das meistgebaute Flugzeug, Linienflugzeug. Wie kommt es jetzt dazu, dass eine 737, wie wir sie ja auch in dem Falle nennen müssen, nun plötzlich in eine solche, ja sagen wir mal, zweifelhaftes Image kommt? Nun, zwei Abstürze von nagelneuen Flugzeugen innerhalb so kurzer Zeit sind schon extrem außergewöhnlich. Und die 737 wurde im Laufe ihrer Jahre immer wieder neu weiterentwickelt, immer wieder verbessert. Und bei diesen Verbesserungen ist man an die Grenzen dessen gegangen, was physikalisch möglich ist. Deswegen musste man zum Beispiel ein System einbauen, was den Piloten letztendlich übersteuert. Und dieses System hat auf jeden Fall bei dem Absturz in Indonesien eine große Rolle gespielt. Ob es jetzt bei der Äthiopien eine Rolle gespielt hat, das weiß man noch nicht. Das wird aber die Auswertung der Flugschreiber zeigen. Wir haben ja seit vielen, vielen Jahren eine Diskussion darum, wie viel dem Piloten abgenommen werden soll, auch im Krisenfall, und wie viel im Grunde der Pilot selber noch steuern darf. Es gibt ja ganz viele Fälle von Abstürzen, aber auch von fast Abstürzen, bei denen untersucht worden ist, ob der Pilot im Zweifelsfall nicht besser hätte selber reagieren müssen. Wie sehen Sie das? Automation ist ein wichtiger Faktor und Automation hat dazu beigetragen, dass die Luftfahrt so sicher ist, wie sie heute ist. 2017 hat es zum Beispiel keinen einzigen Toten gegeben durch ein Verkehrsflugzeug. 2018 hat es 530 Tote gegeben. Das ist deutlich weniger als im langjährigen Durchschnitt. Deswegen Automation hat ihren Sinn, aber die Piloten müssen eben fliegen können. Es hat Abstürze gegeben, weil die Piloten nicht mehr die Basics des Fliegens verstanden haben, sondern sich auf die Automation verlassen haben. Das darf nicht sein. Sie sind selber Pilot. Wir haben in Erinnerung, dass vor einigen Jahren die große Vereinigung Cockpit gesagt hat, wir müssen eigentlich Piloten haben, die mehr selber fliegen. Wenn man mal in einem Cockpit gesessen hat, hat man den Eindruck, das ist ja eine Computer-Terminal-Veranstaltung da. Der Computer macht ja fast alles inzwischen. Ist man da einen Schritt zu weit gegangen? Man ist einen Schritt zu weit gegangen, das kann man auf jeden Fall sagen. Früher gab es Seminare gegen Überforderung von Piloten im Cockpit. Heute gibt es Seminare gegen Unterforderung. Das heißt, die Frage wird heute gestellt, bei Langstreckenflügen, wo der Pilot nur überwachende Funktionen hat, wie schafft man es, die Aufmerksamkeit so hoch zu halten, dass es der Sicherheit entspricht, die gefordert ist? Es hat Fälle gegeben, bei denen zum Beispiel in Turbulenzen Flugzeuge in Notsituationen geraten sind. Da ist teilweise sogar etwas passiert, was man sich kaum vorstellen kann, dass Piloten den Computer ausgemacht haben und neu gestartet haben, um die Maschine wieder abfangen zu können. Haben wir da nicht ein Übergewicht an Computertechnik und auch an Computerautorität inzwischen? Nein, ich glaube nicht, dass wir ein Übergewicht an Computerautorität haben. Ich glaube, die Computer sind wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber der Mensch, der diese Computer bedient, muss eben tatsächlich auch Herr dieser Dinge sein und muss eine Ausbildung haben und ein Training haben, das ihn on top setzt. Er muss tatsächlich eben auch sagen, ich glaube, der Computer macht hier große Fehler. Ich schalte ihn aus, ich starte ihn neu und dann kommen wir wieder richtig weiter. Das ist ja eben auch geschehen. Wenn wir jetzt die weitere Entwicklung sehen, wir haben in diesem Fall ein Flugzeug, Sie haben es beschrieben, das ist eigentlich eine sehr alte Konstruktion, in Anführungsstrichen, die aber immer weiterentwickelt worden ist. Und man muss immer ökonomischer fliegen. Nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomischer vor allen Dingen. Auch da hat der Computer eine ganz große Bedeutung. Ist da Wirtschaftlichkeit ein zu wichtiger Faktor? Nein, die Sicherheit steht auf jeden Fall ganz oben. Aber Wirtschaftlichkeit ist, da haben Sie völlig recht, ganz deutlich gestiegen in der Priorität. Das geht bis zu Routenoptimierung, das geht bis zu einer automatischen Gashebelverstellung. Da ist ganz klar die Wirtschaftlichkeit in der Priorität nach oben gerückt. Wie lange werden wir brauchen, um eine Klärung dieser Unfälle zu bekommen? Der Druck ist extrem hoch, sowohl auf die Unfallermittler als auch auf den Hersteller Boeing. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht drei, vier Monate brauchen. Volker Tomahler, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne.